Oh, ich habe selber gar keine an. Okay, ja, wir brauchen dann tatsächlich noch Schuhe. Sehr geil. Okay, dann zieh ich mal ein paar gleich an. Ich habe keine Schuhe an, hab echt. Schuhe, Schuhe, Schuhe. Obwohl, nee, wir müssen die erst noch verbessern. Meine Güte, wo ist mein Kopf? In den Wolken. Ah, endlich. So, ich habe eine Idee. Und zwar, wenn wir die verzaubern, können wir die benennen. Natürlich, was habt ihr im Angebot? Wir sollten ja so verzaubern. Bam, 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 bam. So, das Schild Bossen, ich mach die auch nicht mehr klar. Oh, endlich! Zeig dich. Oh, die Arbeit hat sich so genutzt. Oh, viel besser ausgerüstet. Guck mal hier. Guck mal hier, ein bisschen schneller. Oh, endlich. So. Guck mal hier noch hin. Ich kauf noch mal Zeug rein. Ihr seht etwas blass aus. Dann seid ihr also ein Alchemist. Hier gibt es bestimmt Sachen, die wir nicht brauchen. Leichtrüstung. Stört Magiker wieder her. Nutzt auch keiner. Okay, Zutaten. Nee, warte, wir haben doch noch den Trank. Oh, hab ich jetzt schon wieder vergessen. Zaubertränke. Wie hieß denn der? Feilschen. Da. Ja, ja, haben wir. Wir haben alles. Ich guck mal ein bisschen mit auf den Preis. Den brauchen wir nicht. Die auch nicht. So, Zaubertränke. Okay. Dann können wir dir noch was verkaufen. Wein brauchen wir nicht. Bier brauchen wir nicht. Bier brauchen wir nicht. Brot brauchen wir nicht. Zaubertränke. 36 Mal Wein. Zaubertränke. Haben wir noch irgendwas? Was? Einhandfachen. Da brauchen wir nicht. Oh, ne. Im Hintergrund hört man vielleicht das Baby mit meinem Mann spielen. So. Wir sind gerade aufgelevelt. Meine Aufgabe ist das, mich um Tränke zu kümmern. Also. Jawohl, wir brauchen eine Menge Geld dafür. Dann machen wir lieber das hier, ne? Händler. Händler. Händler will cool. Wir brauchen die Kohle. Also nochmal Tränke herstellen. So. Mh. 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 Oh, Mortal hat vielleicht noch jemanden verkauft. So, okay, ich mach mal kurz ne Pause. Ach der Drache noch? Das schwörtchen ganzen Volken machen. Über den Dorf. Ja, Wasser, Wasser! Tja, so wird man abgelenkt. Was nehmen wir denn? 22 Schaden. Fall mal Pfeile! Oh Gott, ich lass mich irgendwann noch mal tot. Hm, diese Sprüche, alter Baby, heu, falls Hunger hat. So. Dann, Zaubertränke. Jetzt können wir ja gleich mal die Gifte ausprobieren. Oh, wo ist er denn? Da ist der rote Punkt. Weg. Hallo, Drachenbärd. Äh, wo ist der denn hin? Ups. Und lauter Krams, was wir brauchen. Sehr schön. Gibt's hier noch mehr? Ich muss dazu sagen, hinter uns ist das Fenster offen und blendet alles ein bisschen. Darum kann ich nicht so gut sehen. Aber der komische Drache muss doch hier sein. Ich hab mich grad schon gefreut. Rachelein. Ich sehe keinen roten Punkt. Oh, schade. Na gut. Da ist ein Blum und da ist ein Blum. Alle mitnehmen. Die kann man sehr gut gebrauchen. Von hier oben wär's cool gewesen. Naja. Wenn ich so eine Strecke springen würde, wär ich Matsch. Hallo, Huhn. Da gibt's Eier gratis. Auch gut für Alchemie. Und vor allen Dingen gratis. Eine der Wachen will gesehen haben, wie ein Magier wie aus dem Nichts aufgetaucht sei. Er sagte, er sei ein Siegig-Mönch gewesen. In meinen Augen hat er etwas zu viel Skoma getrunken. Hier vielleicht?